Und damit begrüße ich euch zur siebten Etappe des Giro d'Italia 2019. So, rosa Trikot haben wir verloren. Leider, leider, nach hartem Kampf auf der letzten Etappe. Vielleicht holen wir es uns heute wieder. Ist eine schöne Ankunft. Mal schauen, vielleicht haben wir mal eine Plus-Tagesform. Yo, heute plusst es. Laurent de Plüs tut endlich sein Übriges. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Ich bin totenmüde, ich will ins Bett. So, jetzt müssen wir auch keine Führungsarbeit mehr machen. Ha, dann kann sich Tom Laser jetzt mal um Roglic kümmern. Martens kümmert sich um de Plüs. Van Emden um Tonhoek. Und, joa, Sepp Kuss. Einfach, weil er es kann. Das macht zwar wenig Sinn, aber dann hat jeder einen an der Hand. Das ist wie beim Ausflug im Kindergarten. So, Bergwertung, da scheißen wir ja, wie gesagt, drauf. So, Kovili, der will das so. Vidar ist dabei. Santa Romita. Wir singen Santa Romita. Santa Romita. So, jetzt für mich immer noch derselbe Dienstag wie bei den Folgen davor. Also, ich weiß nicht, wie es am Mittwoch und Donnerstag ausgegangen ist, um das nochmal zu erwähnen. Und ich kann nicht auf Kommentare eingehen. So, angegriffen wird vorne fleißig. Wir werfen einen kleinen Blick, während die sich da vorne die Köpfe einschlagen auf die Gesamtwertung. Nibali mit 5 Sekunden vor Roglic. Stimuler mit 20 Sekunden Rückstand. Dann Mollema, der nächste der Favoriten. Miguel Angel Lopez mit einem Bergwert von 80, sicherlich auch dazu zu zählen. Dann Mikel Lander, der Realität ja auch schon rund zwei Minuten Rückstand gehabt nach der vierten Etappe. Also, ein bisschen hintendran. Ich weiß nicht, ob die Formkurve da nochmal nach oben zeigt. Simon Yates auf der 11. Zakarin auf 12. Kuhn Baumann, unser Mann, auf der 14. So, und dann sprungen wir ein bisschen schneller. Wie gesagt, das Flache müssen wir uns ja nicht immer so geben. Und jetzt habe ich auch gerade nur noch sehr, 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 sehr wenig Zeit. Deswegen bin ich mal gespannt, wie dieses Finale dann läuft. Dann können wir dann vielleicht wirklich wieder so einen kleinen Sprintzug reinfahren mit einer Attacke. Baumann hat ja auch einen ordentlichen Beschleunigungswert, wobei Tollhook dann wahrscheinlich sogar der bessere Fahrer wäre. So, die Fitness bei Roglic ist immer noch bei 85 Prozent. Damit bin ich überhaupt nicht glücklich, dass das nicht mal nach oben geht. Oh, Tom Dumoulin hat ein Loch im Zahn. Schauen wir uns natürlich an. Aha, der Mann einfach. Wisst ihr, der fährt einfach weiter. Ich hoffe, er ist noch im Rennen dabei. Ich kann es noch nicht genau sagen. Jetzt hätte ich nicht unbedingt den Fahrer nehmen sollen, der Roglic beschützen soll. Aber was soll's. Also, Dumoulin hat ja auf der vierten Etappe gestürzt und vier Minuten verloren. Ich weiß nicht, wie gut es ihm danach ging. So, vorne sprengt sich alles in die Luft. Wenn Drama. Das wird natürlich ein Drama Baby. Sprintet um die Punkte. Berg der vierten Kategorie. Fraporti ist natürlich auch wieder dabei. Der Mann vom Frankfurter Flughafen. Und holt sich wieder mal die Punkte. Harter Kampf hier um die Bergwertung. Jetzt gibt's gleich noch den Berg der zweiten Kategorie mit einigen schwarzen Passagen. Da kann ich mir vorstellen, dass das schon mal etwas schwieriger wird. Da geht der Puls nach oben. Sind immerhin noch 174 Fahrer dabei. Bedeutet, dass wir bislang nur zwei Ausfälle haben. Ich weiß nicht, wie es beim Giro jetzt real ausschaut. Aber 176 Fahrer sind in den Giro 2019 gestartet. Bislang eigentlich eine gute Quote für die erste Woche, durch die wir damit ja durch sind. Das ist jetzt quasi die Etappe vom Freitag. Genau. 180 Kilometer ist jetzt auch nicht die Welt. Haben wir den Großteil auch schon hinter uns gebracht. Jetzt wird, wie gesagt, das Tempo gleich schneller werden. Beziehungsweise das Tempo ist schon schneller geworden. Hier vorne wird ordentlich reingehauen. Müsste trexiger Fredo sein, die da so ein Tempo machen. Clark erhöht das Tempo. Dann kommt erstmal eine deutsche Phalanx. Schön wie Ackermann sich einfach mal am Kopf kratzt. Der deutsche Meister. Das Sprinttrikot leider verloren. Also, ja, leider im doppelten Sinne, weil wir ja das rosa Trikot hatten und jetzt das Sprinttrikot haben. So, das wollte die Populi. Das klingt doch. Die Revolte des Volkes oder sowas heißt das dann übersetzt. Oder es ist irgendwo, wo es Volte gelandet ist aus Skandinavien. Das wollte. Das wollte der wohl so. Populi habe ich mich schon immer drüber lustig gemacht. Aber es heißt einfach nur Volk. Aber als ich auf dem Piazza del Popolo war, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt bin ich auf dem Piazza del Popoloch gelandet. So, hier sind die schwarzen Passagen, während ich hier über das Popoloch rede. Jetzt haben wir natürlich das Wasser ein wenig außen vor gelassen. Schauen wir mal das Valorant de Plüsse, wobei vielleicht jetzt nicht der optimale Zeitpunkt ist, weil bei Martens sich einfach gleich mit zurückfallen lässt. Clever gemacht. Muss man mir einfach lassen. Noch 5 Kilometer bis oben hin. Nibali ist da in einer deutlich besseren Position als Roglic. Der da ein bisschen kämpfen muss. Ackermann macht hier wieder Tempo. Der Ackermann. Das ist unfassbar. Ich wusste, dass es keine gute Idee ist. Ich wusste es einfach. Das war einfach eine saudumme Idee. Das war einfach eine sausaublöde Idee. Und ich habe es trotzdem gemacht. Sehenden Auges. Das zeichnet einen ja immer aus, dass man im Nachhinein sagen kann, ich habe es doch gleich gewusst. Warum hast du es dann nicht gleich anders gemacht, du Depp? So, Tom Laser. Ja, Wasserflasche holen. Da bin ich ja gerade dabei. Alter Schwede, was ein Tempo. Was ein Tempo. Da ist quasi niemand mehr jetzt groß vorne mit dabei. Tolluk und Baumann. Aber gerade so ein Roglic ist auch schon ziemlich im Arsch. Also super schnelles Tempo hier beim Giro. Dann kann er sich selber wenigstens mal ein Wasser holen. So, dann schicken wir jemanden in der Abfahrt nach hinten. Aber das hat jetzt schon einigen Fahrern den Zahn gezogen. 68 noch dabei. Jetzt geht es natürlich erst mal ein bisschen flach. Flach her. Oh, Jos von Emden wird hier noch dazu gezählt. Ja, das war es dann auch. Dann soll Baumann uns hier vorne jetzt mal ein Wasser holen. 76 Fahrer sind trotzdem noch dran. Von Emden müsste auch gleich wieder mit rankommen. Da ist auch ein Helfer von Nibali dabei. Gradek, der jetzt auch nicht unbedingt die Bergfigur hat und trotzdem ums Bergtrikot gefahren ist. So, ja, 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 ja. Wir sind ja dabei. Er erstreckt sich doch schon. So, 138er Puls. Noch 37 Kilometer. Da ist auch nichts mit in den Berg reinsprinten als Team. So, Rote Plus, ja, gut, ist jetzt auch durch, ne? Ups. Was war, das war dumm. Sorry. Das war echt dumm, vor allem, weil ich es selber noch gesagt habe. So, wir nehmen wir dann hier vorne. Der Pate ist wieder weggefahren. Er spielt hier seinen Part. So, jetzt 79 Fahrer. Davon sind nur drei aus unserem Team, was nicht unbedingt vier. Natürlich von Emden muss es unbedingt jetzt wieder ändern. Das spricht nicht unbedingt für unser Team. Auch Laurent de Plüs kämpft sich vielleicht nochmal ran, aber ist jetzt auch schon unerheblich, weil er keine große Hilfe wäre. Vor allem, weil das Tempo hier vorne gerade wieder hochgefahren wird. So, jetzt geht es in die Abfahrt. Und dann sind wir auch schon im Finale von der Etappe, wo wir uns vielleicht das rosa Trikot zurückholen. Aber Nibali war die letzten Etappen ultra stark, hat jetzt auch schon einige gewonnen. Und Baumann ist heute deutlich stärker als Tollhuk, der uns natürlich mit Roglic auch ein bisschen Kraft sparen muss. So, 92 Fahrer sind dabei, also schon quasi mehr als die Hälfte des Feldes ist noch am Start, aber ich glaube, die meisten sind echt platt. Also da wird es jetzt keine großen Teamzüge mehr geben können, sondern die Favoriten werden sich dann gleich gegenseitig aufs Maul hauen. Hm, weißt du was? Dann können wir Joss von Emden ja sogar nochmal missbrauchen. Droglitsch folgt trotzdem Baumann. Weil von Emden in der Ebene halt einfach gut ist. Jetzt muss nur Roglic auch noch ans Hinterrad. Warte, sonst fährst du den roten Balken kaputt von Roglic. Roglic, okay, jetzt kann es losgehen. Give it your best, my friends. So, Baumann übernimmt, Dimola ist dran. Wo ist Nibali? Nibali ist weit hinten. Gibt es natürlich nochmal gleich die Abfahrt, vielleicht schaffen wir das noch. So, wir sind in einer richtig guten Position. Wie schaut es hier hinten aus? Ja, die sind aber auch dran. Ja, okay, da sind sie wieder dran, leider. Boah, alter Schwede, jetzt rasen die richtig an uns vorbei. Boah, es wird dann nochmal richtig steil. Auf Roglic. Häng dich nochmal an Fomolo dran. Lass dich nochmal ziehen. Dann sprinten wir nochmal vorbei, vielleicht. Vielleicht schaffen wir es noch an Fomolo vorbei, der auf den letzten Metern. Das gibt es doch nicht. Komm schon, Roglic, wenigstens einmal gewinnen. Ja, Romano. Mist, und Nibali wird natürlich genau dritter. Sonst hätten wir uns das rosa Trikot wieder geholt. Dieser scheiß Fomolo. Naja, klar, der hat den Frust jetzt rausgelassen, weil er gestürzt ist. Wieder nur Zweiter. Wir sind der ewige Zweite des Giro d'Italias. Gibt es da nicht. Na gut, die kommen jetzt hier eh beide zusammen ins Ziel. Für die Teamwertung, da müssen wir nochmal einen Blick drauf werfen. Wie es da jetzt ausschaut, aber ich glaube, da sind wir nicht mehr so gut. Also, zwei Sekunden haben wir auf Nibali gut gemacht. Ach, verdammt. Trotzdem wieder eigentlich eine gute Leistung. Kann man nicht meckern. Timola wieder auf dem vierten Platz. Fährt so ein bisschen unter dem Radar, muss man hier sagen. Wahrscheinlich würde er uns im Zeitfahren dann um die Ohren fahren. Immer ganz, ganz knapp geschlagen. Da hatten wir auch nicht mehr wirklich viel mehr Energie als Fomolo. Der dann leicht den längeren Atem hatte. Jetzt sind wir direkt drüber gegangen. Dann schauen wir es uns gleich nochmal in der anderen Ansicht an. Teamwertung sind wir jetzt, oi, 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 oi. Immerhin noch zweiter. 33 Sekunden. Aber Team Bahrain Merida mit Nibali jetzt auch dort in Front. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Gesamtwertung. Die haben sich auch gerade sehr schön in die Augen geschaut. Da ging auf jeden Fall noch was. Also, sind jetzt noch drei Sekunden Rückstand. Wenn wir gewonnen hätten, oder Nibali nicht als dritter ins Ziel gekommen wäre, hätten wir das rosa Trikot wieder zurückerobert. Aber man kann nicht alles haben. Auf der achten Etappe versuchen wir dann trotzdem wieder alles zu haben. Hinten raus wieder sehr, sehr hügelig. Das könnte spannend werden. Ich glaube sicherlich so Calabune ist einer der Top-Fahrer für den Bereich. Auch Ackermann hat man ja jetzt schon gesehen bei den ansteigenden Zielgeraden. Wobei das hier keine ist, aber trotzdem hügelig vorm Finale. Das könnte was für die beiden sein oder eben auch für Ruglitsch. Mal schauen, wir werden ein paar Akzente setzen, versuchen das rosa Trikot zurück zu erobern. Und dann freue ich mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Dann geht es von Tortoretto Lido nach Pesaro. Das klingt spannend. Bis dann.